Schau mal, willst du auch eine Metamorphose? Nein. Klar willst du das! Hey, ab jetzt werde ich dir alles erzählen. Keine Geheimnisse mehr? Geschworen. Geschworen. Was suchst du da? Äh, mein Ohrring. Oh. Ähm. Ich suche Gold. Juwelen und Smaragde. Delia, was hatten wir vereinbart? Naja. Wir müssen vorsichtig sein. Du kannst doch hier nicht einfach so auf gut Glück herumschnüffeln. Ähm. Wollen wir noch unsere Arbeitszeile besprechen? Oben?